Büro ist wie Achterbahnfahren, ein ständiges Auf und Ab. Wenn man das jeden Tag acht Stunden machen muss, täglich, dann kotzt man irgendwann. Büro ist Krieg. Erika, ähm, hier, Essstörung zum Beispiel, das wird ein gutes Thema. Ja, heißer Kamm. Wollen wir zwischendurch nochmal durch die Nase atmen? Ja, ich sag jetzt mal Sabbel. Alles Spaß. Ja, klar, Rock'n'Roll. Ja, bitte, da guckst du. Da guckst du. Beschissenes Dreckscheiß-Ding. Tja, Tanja, das sieht nicht gut aus. Mann, 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 Mann. Läuft doch. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Untertitelung des ZDF, 2020